Das ist Estland, ein Land der Möglichkeiten, Innovationen und Entwicklung. Hier bieten wir Ihnen die besten Einsatzerfahrungen, um in West-Estland zu investieren. Was haben wir noch anzubieten? Cargo- und Passagierhäfen das ganze Jahr in Betrieb. Schnelle Verbindung mit den internationalen Flughäfen in Tallinn und Rega und über die Bahn und ein modernes Straßennetz. Qualifizierte Fachkräfte und wettbewerbsfähige Kosten. Industriegelände mit entwickelter Infrastruktur inklusive Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien. In Estland gibt es vor kurzem ins Leben gerufene Kompetenzzentren. Zum Beispiel das in Curesara eingerichtete Kompetenzzentrum für Kleinschiffbau ist fokussiert auf Marineanwendungen, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Der Schlepptank im Zentrum ist speziell eingerichtet zum Testen von Kleinschiffen zwischen 30 und 40 Metern. Auch das Neurologische Rehabilitationszentrum von Absalu hat sich auf. In West-Estland gibt es mehrere ausländische Firmen, die hierher gekommen sind, um ihre Produktion zu exportieren. Wie zum Beispiel Oman, Freudenberg, Absalu-Metall, Zipax, Daryplast, Wendre und andere. Aber wie haben sie das geschafft? Wie haben sie den Weg nach West-Estland gefunden? Hier in West-Estland wird auf Investoren Rücksicht genommen und besonders auf ausländische Investoren. Alle Landkreise haben Entwicklungszentren, wo man weitere Informationen über den Landkreis und die Möglichkeiten in dieser Region bekommen kann. Erstens ist West-Estland auf der Spitze im internationalen Index der steuerlichen Konkurrenzfähigkeit. Wenn Sie für Ihre Investitionen nach einem sicheren Umfeld suchen, dann ist West-Estland für Sie da. Wir brauchen meine Wunderschönen Beginn der Wunderschöntnis-Schwein